Heute machen wir einen neuen Quest Guide und zwar die Quest von Moore, einem Händler, den wir gleich am Anfang finden können. In dieser Quest kann man einige Fehler machen, gerade wenn es um die Entscheidungen geht. Seid also dabei, wenn wir diese Quest zu 100% lösen und ich euch zeige, wie das Ganze funktioniert. Ich habe die Quest tatsächlich verkackt, aber trotzdem zeige ich euch hier den richtigen Weg. Wir starten an drei Wege der Kreuzung, wo wir zum ersten Mal Moore treffen. Also Freunde, lasst uns reingehen in die Quest und pusht mal das Däumchen nach oben oder lasst gerne auch ein Abo da, wenn ihr alte Elden Ring Guides finden wollt, geht unbedingt mal in den Kanal. Hier finden wir Moore und können hier das erste Mal mit ihm am ersten Checkpoint reden. Er ist einer der allerersten NPCs, die wir überhaupt finden und seine Armor sieht schon ziemlich cool aus. Und genau die werden wir später auch nach der Quest bekommen, egal welchen Weg wir wählen. Redet hier einmal mit ihm und ihr erfahrt ein klein bisschen mehr über Mikella und seinen Glaubensweg. Ihr könnt bei Moore außerdem ein paar Runenbogen kaufen, die ihr gerne mitnehmt und hier nehmt ihr auch unterhalb die Karte mit. Die solltet ihr einmal kaufen. Ist zwar nicht für die Quest nötig, aber immer gut dabei zu haben. Das zweite Mal finden wir ihn dann hier am Kreuz am Haupttor, wenn er weitergereist ist und da können wir dann erneut mit Moore sprechen. Die Quest geht da aber noch nicht so richtig weiter. Ihr müsst erst noch ein paar andere Dinge erledigen. Sprecht hier also einmal mit Moore und ihr könnt hier auch wieder Sachen einkaufen und Moore eben noch ein bisschen bequatschen. Die Quest geht aber dann erst weiter, wenn ihr hier Richtung Hochstraße reicht, zum Kirchenbezirk. Ihr könnt diesen Weg quasi einmal durch den Wald folgen, vom Bonidorf aus und wenn ihr hier durchreitet, gibt es ein kleines Event, was euch vielleicht schon aufgefallen ist. Schnappt euch also euer Pferd und reitet hier durch die Straßen hindurch und wir können dann entsprechend hier eine kleine Nachricht bekommen. Vielleicht taucht die bei euch auch auf einer anderen Stelle auf. Bei mir ist es auf jeden Fall so, dass hier irgendwo ist eine große Rune zerbrochen, aufgetaucht ist und mit ihr ein mächtiger Zauber. Wenn ihr diese Nachricht erhalten habt, dann geht die Quest von Moore weiter und wir können nochmal zu ihm zurückkehren. Kreuz am Haupttor und dort befindet sich Moore. Wenn er sich hier nicht befindet, gibt es noch einen anderen Platz, den ich euch gleich zeige. Hier sprecht ihr wieder erneut mit Moore, um die Quest weiter voranzutreiben. Wenn ihr jetzt mit Moore einmal sprecht, werdet ihr merken, dass er gemerkt hat, dass eine Rune zerbrochen ist. Falls er hier bei euch also nicht ist, dann könnt ihr hier oben in die Kirche reisen und Moore müsste sich dort befinden, falls er nicht mehr unterhalb am Checkpoint zu finden ist. Auch hier könnt ihr natürlich wieder mit ihm sprechen und führt anschließend noch den Dialog weiter. Ihr werdet dann zu einer Entscheidung kommen, die sehr wichtig für Moore's Questline ist. Aber egal welche Entscheidung ihr trefft, ihr bekommt am Ende eigentlich das gleiche, nämlich sein komplettes Rüstungsset und seine Klangperle. Hier können wir jetzt auswählen, lassen sie es hinter euch oder seien sie für immer traurig. Und in diesem Schritt habe ich persönlich die falsche Option gewählt. Die falsche Option ist nämlich, seien sie für immer traurig. Wenn ihr euch also für diese Option entscheidet, ist die Quest quasi direkt vorbei und ihr bekommt sofort Moores Ausrüstungsset, was ziemlich stark ist und tatsächlich relativ leicht in der Handhabung. Haben wir das ausgewählt, ist er für immer traurig und opfert sich quasi von selbst und wir können dann sein Rüstungsset einfach einsammeln. Dazu geht ihr hier auf die Klippe, genau neben der Kirche, wo er als dritten Punkt ist. Wie genau das funktioniert, dass er in der Kirche erscheint, habe ich leider noch nicht herausgefunden. Aber wenn ihr die falsche Option wählt, ist er auf jeden Fall hier hinten rechts in der Ecke und hat sich dann dort quasi geopfert. Und hier können wir sein komplettes Ausrüstungsset und seine Klangperle einsammeln. Also alles, was wir auch bekommen, wenn wir die andere Option wählen. Jedoch ist es so, bei der anderen Option erfahren wir natürlich noch ein bisschen mehr zur Quest. Und wie das funktioniert, zeige ich euch jetzt. Wenn ihr euch für die Option Lassen Sie es hinter euch entscheidet, können wir die Quest eben noch weiter vorantreiben. Und wie es dann weitergeht, zeige ich euch jetzt. Wenn wir diese Option gewählt haben, gehen wir an genau die gleiche Stelle, wo wir die Leichnam eigentlich finden, wenn wir die andere Option wählen. Also hier hinter der Kirche einmal an die Klippe rangehen. Und da findet ihr dann so ein Viech hier, was ihr einmal töten müsst. Dann geht die Quest weiter und ihr geht zurück zu Moor, Kreuz am Haupttor. Da saß er bei mir persönlich. Und ihr sprecht dann einmal mit ihm und erzählt ihm von eurer Tat. Und dadurch geht die Quest entsprechend weiter. Und wir können zum nächsten Ort reisen. Anschließend gehen wir hier unten in die Ecke, wo ihr die Markierung seht. Und da kann dann die Quest beendet werden. Hier unten am Schloss quasi ein bisschen daneben. Und am besten startet ihr von der Höhle aus, um diesen Punkt hier, Punkt Nummer 3, zu erreichen. Nehmt also hier die Ruinen der Sternenfallenschmiede und geht dann hier einmal raus. Klettert die ewig lange Leiter nach oben und ihr kommt hier draußen einmal an. Folgt dem Pfad und ihr werdet hier an die Klippen kommen. Und hier an den Klippen findet ihr eben wieder solch einen Teil. Mit dem könnt ihr einmal sprechen und ihr bekommt dann noch das Kochbuch. Macht den Gegner anschließend platt und ihr werdet dann von Moor invaded. Im Endeffekt läuft es auf das gleiche hinaus. Ihr müsst Moor dann natürlich einmal töten, um seine Quest abzuschließen. Und natürlich bekommt ihr hier auch am Ende dann wieder seine Ausrüstungsgegenstände und seine Klangperle. Ist die Quest damit abgeschlossen? Ja, auf jeden Fall. Denn Moor ist tot. Wählen wir den einen oder anderen Weg, ist quasi völlig egal. Freunde, pusht mal das Däumchen nach oben. Lasst gerne auch ein Abo da. Alle Guides zu Shadows of the Earthry findet ihr im Kanal. Klickt euch da gerne mal durch und bis zum nächsten Mal.